Servus und Grüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für die Region Arlberg. Wir sind jetzt nicht nur meteorologischen und aktuell auch im kalendarischen Herbst angekommen, sondern auch von den Temperaturen her. Und lange hatten wir sommerliche Werte. Diese sind zwar vorbei, doch in der Wetterkartenwelt verspricht man uns ein riesiges Altweibersommerwetter hoch, das uns möglicherweise bis in den goldenen Oktober begleiten wird. Und der Rückblick zeigt nach St. Anton am Arlberg hier mit der Livecam traumhaftes Spätsommerwetter mit viel Sonnenschein und ein paar harmlosen Quellwolken und so ähnlich wird es auch weitergehen. Oder auch Lech am Arlberg hatte viel viel Sonnenschein und eine traumhafte Fernseh zu bieten. Jetzt gab es ja den Absturz am Wochenende und am Montag noch mit dichten Wolken und Regen. Diese Wolken werden sich am Dienstag auflösen und mehr und mehr der Sonne Platz machen. Das heißt von St. Anton über St. Christoph, Stuben, Zürs und Lech wird es sonnig werden, aber mit gedämpften Temperaturen von maximal 9 bis 13 Grad. Im weiteren Verlauf der Woche werden die Temperaturen ansteigen. Die Sonne begleitet uns weiter. Wir haben frische Nächte und milde Nachmittage, die sich noch wärmer anfühlen. Nur am Donnerstag werden vorübergehend ein paar dichtere Wolken vorbeiziehen. Und angesichts dieser grandiosen Aussichten bietet sich einmal mehr das Mountainbalken an. Hier im Speziellen der Burgwald Trail Oberlech. Dieser Trail bei den Bergbahnen Lech wurde so konzipiert, dass sowohl Anfänger als auch richtig ambitionierte Mountainbiker Spaß beim Freeriden haben. Biker mit weniger Trail-Erfahrung haben auf der durchgehenden Easy-Line ihren Spaß. Und sportliche und erfahrene Biker finden dazu immer wieder Teilstrecken mit den unterschiedlichsten Anforderungen und Schwierigkeitsgraden. Und wenn Sie, wie ich, einfach nur ganz normal Mountainbiken möchten, dann folgen Sie mir von Lech nach St. Anton. Die Tiroler Feriendestination St. Anton am Arlberg ist ein Dorado für alle Radbegeisterten und die, die es werden wollen. Bergradler finden rund um St. Anton am Arlberg für jeden Geschmack etwas gemütliche Wege zum Einfahren inmitten saftiger Wiesen und schattiger Wälder mit ganz leichten Steigungen und sportlichem Anfruch, aber auch steile Strecken für die Harten unter den Balkan. Und ob radbegeistert oder nicht, das Wetter in der nächsten Zeit, es wird begeistern. Und es geht noch weiter aufwärts. Am Samstag sind es fast 20 Grad. Es wird sich auf jeden Fall wärmer anfühlen mit wolkenlosem Himmel. Am Sonntag ziehen vorübergehend einige Wolken auf und am Montag, ganz kurz, wird es wohl mal Schauer geben, aber nicht allzu viele. Und dann kommt eh das nächste Hoch herangezogen. Und angesichts dieser nahezu perfekten Wetteraussichten laden wir Sie auf den Lechweg ein. Und zwar auf die erste Etappe des 125 Kilometer langen Weitwanderweges, der mit dem europäischen Qualitätssiegel Leading Quality Trail of Europe ausgezeichnet wurde, der Weitwanderweg von Lech bis Füssen. Und die ersten 14 Kilometer geht es den jungen Lech entlang immer nur ganz leicht bergab. Die perfekte Herbstwanderung mit Spätsommerflare direkt entlang des kristallklaren Wasser des Lechs. Und der Wanderbus fährt vom Postamt in Lech bis zur Bushaltestelle vom Mariensee an der Endstation. Und hier beginnt dann auf einer Höhe von 1793 Metern der Lechweg und erleben Sie einen grandiosen Ausblick mit einem atemberaubenden Panorama. Und wer in Anführungszeichen etwas anders wandern will, der findet rund um St. Anton mit dem Klettern seine Erfüllung. Nerven wie Drahtseile, an denen sie hängen, Mut, Ausdauer und Kraft und Können. All das benötigen die Bergfechse und auf den Klettersteigen rund um St. Anton am Arlberg. Umgeben von Almen, saftigen Wiesen, aber auch eingebettet in die schroffe Bergwelt, die die Kletterer auf der ganzen Welt jedes Jahr zwischen Juni und Oktober im Tiroler Ort zu schätzen wissen. Und hier heran lockt und wo sie ihre Herausforderungen finden. Ich könnte Ihnen jetzt noch so viel mehr aufzählen. Erleben Sie es einfach. Es lohnt sich mit den Wetteraussichten sowieso. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß, Sport und Erholung und viel September-Sonne in der Region Arlberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017